Cinderella 80, dieser Kino-Welterfolg und von vielen Fernsehstationen aller Kontinente ausgestrahlt, wurde für Sie zum Durchbruch zur internationalen Spitze. In Pennsylvania geboren, in Mailand und Hollywood zu Hause und bei vielen europäischen Fernseh- und Plattenstudios produzierend, ist sie heute hier bei uns zum ersten Mal im Kessel Buntes zu Gast. Ich sage herzlich willkommen, Bonny Bianco! Musik 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 Musik